Herzlich Willkommen bei 1.0.0 TV Lützebüsch. Heute ein positiver Bericht am Kampf wird vorgestellt. Zu Heimstadt in Bayern an der Strasse von pensionärter Schuldirektor Hans Schmelzer geht nicht mehr nach einem Haus, wo keine Krebskrankheit ist. Denn Herr Schmelzer ist selber für zweit erkrankt, sind frei, als im Jahr 2004 an Krebs gestorben. Nun sind intensive Recherchen, als wir hier glauben, dass der Ausleser von der Krebskrankheit an seinem Dorf die Elektrosmogbelastung ist. Die kommt von einer Mobilfunksendestation, die 600 Meter von Heimstadt erwäschte. Sie strahlt von 40 Richtungen aus und besteht aus 25 Mobilfunkantennen. Vor ihr Jahr, nachdem das Mobilfunkanrichtung abgerichtet war, sind die ersten Krebsfälle abgetaucht. An oder auch so vom Herr Schmelzer als Zoll von den Betroffenen bis zum Jahr 2006 ab 32 Europas. Mit der Hölle von der Deutschen Landesnetzagentur hat die Hauptstrahlungsrichtung von den Antennenkonten festgelegt. Mein Resultat? Teils von den betroffenen Leuten, die krebskrank sind, leihen alle Gute genau an der Strahlungszone. Bei einem Informationsaufwand von der Birgerinitiativ Mobilfunk, die zu Klein Sendelbach, 130 Kilometer mehr weit weg, hat den Herr Schmelzer seine Recherche vergestellt. Doch ob Sinh und Birger von Klein Sendelbach, der Telekom, refusiert, ein Tare zur Verfügung zu stellen, für ein Mobilfunk zentral aufzurichten. Der Tag ist doch ein Beispiel, wie die Obklärungserbeste von einem einzelnen Eppeser Bewegung kann ersetzen. Dafür bleibt doch dir drin, er guckt alldaar die nächste Nachrichten bei ISOCLA.TV, auf Deutsch, Französisch, Englisch oder Sosengsburg. Auch dir könnt mal telefonen, an dem es dir diese Sender weitergibt. Eddie